Einen schönen guten Morgen. Heute ist der zehnte Tag meiner 21-Tages-Vitamin-G3-Challenge. Gesund und glücklich mit Vitamin Grün. Das passt schon, so fühle ich mich auch. Und deswegen zeige ich euch heute eine neue Übung zum Thema Bewegung muss Spaß machen. Es ist die Katze. Und wenn ihr die Übung gemacht habt, werdet ihr euch räkeln und strecken wie eine Katze, wenn es ihr gut geht. Mein Name ist Dieter Begel. Ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH und wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.